Tanoshime soo ja Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video und ja Wir gehen es wieder an, mit Manon zumindest Gold zu erreichen, weil ich glaube mehr steckt in meinen Skills nicht drin Ja, da ist er, Spielersuche Und dann wollen wir mal schauen Und hier kommt schon unser erster Gegner, ein Zangef Wollen wir mal schauen Ob wir uns durchwerfen durch zu Gold oder auch nicht Oh, Junge Oh, Junge Oh Scheiße, das hätte ich besser machen können Boom Nicely done Ich bin Round 2 Abflühen Yeah Okay Das war schon gar kein schlechter Start Erinnerst du vielleicht jetzt deine Taktik? Ah, das will er Ah, das will er Ah, das wollte er. Ja, da muss ich schlauer vorgehen. Oh, shit. Oh, shit. Ne, da bin ich auf sicher nur mal sicher gegangen. Ich meine, ich hätte ihn antieren können, aber ja. Ne, das wollte er. Ne, da bin ich auf sicher. Wow, ich wusste gar nicht, dass es einen Wallbounce gibt. Okay, scheiße. Komm schon. Ja, da bin ich auf sicher. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Och, wer. Ach, ja. Ich muss mir den ersten Sieg holen, um dominant zu sein. Uh, wollen wir mal schauen. Mann, 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 ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Nee, er wartet jetzt nicht. Schaden, ey. Ey, den gönne ich dir nicht. Mann, 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 Mann! Okay. Dann haben wir es schon mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, hier kommt unser nächster Gegner Ein Ken Silber 3, aber das muss nichts heißen Seid Angry Birds, wenn alle Ja, wartest du jetzt nur? Punish Okay, hartnäckig Hartnäckig, der Typ Ne, das hätte ich nicht machen Ja, klar Ja Auf die Scheiße Äh Nicht so geil Mann Wieder Drive Impact Ey, das ist so stark Wieder Drive Impact Mann Komm schon Mann Das ist so blöd Ich fass es nicht, er hat noch gewonnen Ey Ah Drive Impact Viel zu oft Und ich kann es nicht brechen Ich bin Wieder Drive Impact. Das ist so bescheuert. Ich fall jedes Mal drauf ein. Aber das ist halt die Schwäche. Das ist die Schwäche, die ich mit Manon hab. Das ist die Schwäche, die ich mit Manon hab. Sehr viel Drive Impact und ja. Yo, yo. Yo! Drive Impact Boy! Leg miss. Ja, klar! Auf alles eine Antwort, der Arsch! Ach, nee, Mann! Verloren durch Drive Impact! Weil ich mit Manon das nicht brechen kann. Ah! Und dann noch ein Ken! Ah, Mann! Okay, sehen wir uns beim nächsten Fight. So! Unser nächster Fight, der Cammy! Das ist doch mal eher was anderes. Aufstiegs... Ja klar, komm Leute. Okay, let's fucking go. Let's go. Mann! Ja, ist klar. Was? Alter, was? Ihr wollt mich verarschen, oder was? Das ist doch nicht wahr! Ja! Light Punch in your fucking face! Oh, man! Mann! 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 Ich komm nicht ran, ey! Das ist doch fischisch. Ah! Jo, klar. Ja, klar. Ja, klar. Mann! Das ist doch nicht wahr, ey! Durch Light Punch verloren! Mann! Mann! Ich fasse es nicht! Ich fasse es einfach nicht! Ich... What?! Ja, leck mich! Leck mich hart! Toll! Ey, das ist doch verarscht pur, Mann! Das kann doch nicht sein, Alter! Light Punch und los geht's! Oh, Mann! Oh, Mann! Ey, ich kam nur ran! Oh, das wird nix. Das wird albern nix. Oh, okay. Den haben wir uns beim nächsten Fall. Oh, Mann! So, unser nächster Gegner, ein Jamie. Ich wäre nicht schlecht, wenn der mir ein bisschen Bonus geht, weil, ey, ey, das geht doch nicht. Ja, klar. Ja, klar. Ja, komm! Einfach weggreifen, die Scheiße! Ja, lau! Genau! Die Weichweite reicht noch. Mann! Ach, komm! Das ist doch jetzt ein Scherz! Mann! Wieder Drive Impact! Ich kann's noch nicht mit der Brechen! Mann! Alter, wir sind hier bei Silver 3! Das ist nix! Hier! Scheiße! Ah! Das kann doch nicht angehen! Und wieder! Wieder Drive Impact! Das ist ein Scherz! Gott! Wie? Ich fling an ihm vorbei! Ich fling an ihm vorbei! Boah! Geht der mir auf den Sack! Neutral Jump! Yo! Anti-Air! Anti-Air! Hallo! Weg mit der Shit, Alter! Boah! Meine Fresse! Mein Mann, 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 Mann! Ah! Natürlich machen die nix! Nix! Natürlich kann er sprechen! Natürlich kann er sprechen! Und er macht mich in der Ecke fertig, Alter! Und er macht mich in der Ecke einfach kaputt, Mann! Klar! Ah, das ist doch wieder... Ich bin... Oh! Hier ist das... But... Ich bin... Ich bin... ... ... ... Tschüss. Alter. Den mach ich alle. Na klar, Nutri-Jump. Yo. Natürlich, Level 1. Mann! Nutri-Jump, Nutri-Jump. Boah, ey. Junge. Das kann doch nicht angehen. Ah! Ah! Trudiger. Ah! Okay, sehen wir uns beim nächsten Fall. Hm, meine Fresse. Okay, unser nächster Gegner, ein Ryo. Modern Player. Super. Gib mir Punkte. Was? Nochmal? Ja, klar. Wir zählen, was? Natürlich. Ja, klar. Ja, leck mich doch. Was? Ich fasse es nicht. Aber geil. Leck mich. Leck mich. Nichts. Den habe ich. Okay, den können wir noch bekommen, den Arsch. Natürlich macht er einfach aus dem Nichts Level 3. Der kann mich mal. Er macht einfach halt Ducken und ich kann es nicht ausfallen. Ah, es ist einfach. Es ist ein Trauerspiel. Ey, die Folge ist ein echtes Trauerspiel. Ja, komm, klauen wir noch Punkte. Alter, leider. Mann. Okay, ein geil. Oh, heute diese Folge ist echt. Eigentlich sollten wir nach vorne. Mein Gott. Und dann auch wieder ein Feuerballwerfen der Arsch. Natürlich! Ach komm, Mann! Mann! Das ist nicht euer Ernst. Jumpen und greifen, leck mich. Natürlich! Klar! Nee, den kriege ich schon. Aber da muss ich ruhig spielen. Also wird es nicht euer Ernst. Ich regnte einen Ernst. Ich schaue dich. Okay, das ist ein Reif. Das ist nicht ein heavilesues zu holen. Ich höre mich. Ich höre mich. Ich habe dich. Nein, ich habe mich. Du hast dich. Ich habe mich. Weg mit dir. Mein Gott, ey. Die ganze... Ja! Hau einfach ab. Okay, sehen wir uns beim nächsten Match. Okay. Ah, DJ. Silber, drei Sterne. Eigentlich müsste ich den in der Tasche haben, aber wir müssen es nochmal machen. Let's go. Okay. Hey, hey! Ha! Okay. Gut. Also den hab ich. What? Ja, klar! Ey, Mann! Das ist doch nicht wahr! Die können was weit greifen. Ja, das ist doch nicht wahr. 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 Trau dich! Einfach trau dich! Der wartet nur! Super! Das kann nicht angehen. Dieser Teil macht auch. Ich bin ja. Nein, ich bin ja! Einfach umhör! Ich bin ja! Du bist nicht extra! Ich bin ja! Oh, ja. Mann! Ich kann der nicht ran. Das ist... Ach komm, Laufey! Ach komm, Laufey! Ich hasse es nicht einfach, aber ja. Ich habe meine Punish-Kombo nicht. Geil. Ja, lecker. Na, super. Ich glaube, Gold wäre ich nicht so gern. So, Leute. Das war's mit dieser Folge Online-Dang-Matches mit Manon. Wir haben heute mehr auf die Fresse gekommen als sonst. Ich verstehe auch gar nicht, was hier passiert ist. Absolut nicht. Ich glaube, ich schaffe das nicht mit Manon. Ich glaube, ich bin mit Manon viel zu schlecht, um Gold zu werden. Das kriege ich nicht hin. Dafür bin ich zu anfällig auf Drive-Impact, Projektile und Jump-Ins. Und ich kann die so schlecht antieren. Das ist sackschwer mit der zu spielen, Leute. Naja, egal. Wir werden noch eine Folge... Ja, ich werde... Ja, gucken wir mal, wie es bei der nächsten Folge wird. Auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen, dann hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und... Ja, wenn euch nicht nur mein Street Fighter 6-Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da. Und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye! Bye! Bis zum nächsten Mal.